Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und heute soll es einfach mal darum gehen, dass ich euch so ein bisschen meinen Outdoor-Grow zeige, der auch ja ein bisschen ein Fail geworden ist. Dazu erzähle ich auf jeden Fall später mehr, aber ja, wie ihr im Trailer gesehen habt, ist da doch am Ende noch was bei rumgekommen, obwohl ich eigentlich dachte, das Ganze wird gar nichts mehr. Ja, und dass dieses Jahr eigentlich nicht so gut war, also 2021 lag bei mir unter anderem daran, dass es in meiner Gegend sehr stark gehagelt hat, also wirklich Tischtennisball, große Hagelkörner und da am Anfang einfach dann die Pflanzen sehr, sehr stark darunter gelitten haben, weil die eben einiges abbekommen haben und aber auch deswegen, weil es einfach so extrem viel geregnet hat, dass ja einfach zu viele Schnecken dann da waren, die dann auch die Pflanzen angeknabbert haben und dass sie natürlich extremst geschwächt haben, weswegen die nicht wirklich, ja, gescheit groß wachsen konnten. Naja, also, was hatten wir jetzt hier eigentlich für Strains in unserem Bro gehabt und zwar zweimal Superskunk und dann noch von Everseeds die Furious Candy. Und ja, wie ihr jetzt im Bild schon seht, bin ich jetzt hier gerade am Umgraben und grabe jetzt hier fünf Löcher für die fünf Pflanzen, die ich zu Hause ganz normal, ja, vorgezogen habe in so, ja, was sind das, zwei oder drei Liter Töpfen und da jetzt auch hier dieser Untergrund wirklich sehr, sehr steinig ist, sehr, sehr lehmig ist, lässt sich da auch wirklich extremst schwer auch selbst mit so einem spitzen Spaten da reinstechen und da die Erde ausheben und deswegen habe ich da auch selber meine eigene Erde, ja, zum Grow Spot mitgenommen und dann dort reingesetzt und ja, falls ihr wissen wollt, wie man so eine Erde anmischt, die ist übrigens vorgedüngt, das heißt, ihr müsst da eigentlich generell gar nichts mehr an den Pflanzen machen, dann müsst ihr einfach nur unten auf den Link klicken, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe und da geht es zu dem Video, wie man so Outdoor Erde selber mischt. Und wie ihr jetzt hier im Video auch noch sehen könnt, beziehungsweise vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, ich habe unten an den Pflanzen so, ja, ein Plastikstück hingemacht, so ein Plastikband und da drumherum so ein Kupferband, das soll eigentlich gegen Schnecken sein, aber dieses Jahr gab es echt so viele Schnecken, dass das fast gar nichts gebracht hat, also, ja, also seit meiner Outdoor Erfahrung, seitdem ich Outdoor anbaue, kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Einzige, was wirklich was bringt, ja, Schneckenkorn ist und so Bier fallen, also sprich, so Gläser, in die ihr Bier reinfüllt und da, ja, versaufen dann euch die ganzen Schnecken drin. Und ja, was eben auch wichtig ist, ist, ja, eure Pflanzen gegen Wild zu schützen und das geht einfach am besten mit so einem Maschendrahtzaun, also einfach vom Baumarkt. Es gibt so Rollen, die werden einfach zugeschnittene mit einem Seitenschneider und dann könnt ihr die so rumrollen um eure Pflanzen und dann sind die eigentlich erstmal, ja, ganz gut gegen so Hasen und so kleinen Vieh geschützt. So, jetzt habe ich auch schon genug geredet, jetzt geht es eigentlich direkt schon weiter, ja, mit dem nächsten Video, wo die Pflanzen dann schon in der Blütephase sind. Also, dann kommen jetzt die einzelnen Clips, wo dann jetzt noch die Ernte mit dabei ist und wie das Ganze später getrocknet wird und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja, so, und hiermit melde ich mich jetzt hier nach, ja, fast vier, fünf Monaten zurück von dem Spot hier. Also, und zwar bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass die Pflanzen nicht überlebt hätten, da ich wirklich überhaupt gar nicht wusste, ob die noch stehen oder ob die noch existieren oder ob die ganz groß geworden sind. Ja, weil ich eben sehr, sehr viel geschäftlich zu tun hatte und halt seit dem Aussehen bzw. seit dem Einsetzen, also seit dem letzten Video, was ich gedreht habe, ja, hier gar nicht mehr in dem Spot war und jetzt eigentlich ein bisschen überrascht bin, dass das Ganze doch noch halbwegs was geworden ist. Natürlich, man sieht hier, ja, die Buds sind jetzt nicht wirklich dick und groß, aber da hinten kann man sehen, ja, da hat sich eigentlich schon ein ganz ordentlicher Headbutt gebildet, also ich denke mal, dass das trocken so um die, ja, 30, 40 Gramm sein werden mindestens und die ist auch relativ groß geworden, hier tatsächlich so um die zwei Meter schon fast, die hier auch fast, die zwei anderen, ja, äh, die drei anderen sind leider relativ klein gewesen, klein geblieben, ähm, was denke ich mal hauptsächlich auch da dran liegt, wie man hier an den gelben Blättern sehen kann, ähm, dass die einfach nicht genügend Nährstoffe hatten, ne, um hier gescheit zu wachsen. Da hätte ich mich etwas besser vielleicht drum kümmern sollen, aber, naja, so ist das Ganze eben. Ähm, ich bin relativ überrascht, wie gesagt und, ja, in den nächsten Tagen, denke ich mal, werde ich das Ganze ernten vielleicht in so einer Woche, wie man hier sehen kann. Ähm, ja, Autofokus, sind ja auf jeden Fall noch weiße Härchen vorhanden und ich denke mal, das kann wirklich echt noch eine Woche dauern. Ich zeige es euch jetzt mal noch gescheit. Riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr geil, also extrem fruchtig teilweise, manche Sorten. Ähm, was für Sorten wir jetzt hier nochmal haben, muss ich dann später nochmal nachgucken, das habe ich mir alles aufgeschrieben. Ja, bin eigentlich dann doch recht zufrieden. Ich denke mal, das werden dann so um die, ja, 100 Gramm Trocken ungefähr geben. Ist jetzt nicht das Beste, aber kann man mitnehmen. Ähm, für so wenig Aufwand, ähm, kann man da auf jeden Fall sich nicht beschweren. Ja, und dann sehen wir uns jetzt schon im nächsten Video wieder, wo ich das Ganze dann ernten werde. So, wir sind hier jetzt in etwa zwei Wochen später wieder da und jetzt hier heute zur Ernte. Wie man jetzt hier schön sehen kann, ähm, ja, sind die ganzen Blätter nochmal deutlich gelber geworden. Vor allem da hinten sogar orange Farben. Hier ist sogar ein kleiner Teil abgestorben von der Pflanze, aber scheint nichts zu machen. Also geschimmelt ist zum Beispiel auch nichts, da wir jetzt dieses Jahr zwar am Anfang Hagel hatten, aber, ja, eben wenig Regen jetzt im Herbst. Und ja, hier gibt es jetzt nochmal ein paar kleine Nahaufnahmen von den Blüten. Ja, Autofokus. Das hier ist jetzt die Jamaican Dream. Sehr sativa-lastig. Die hätten wir jetzt hier auch nochmal. Die zwei großen da hinten, ne, sind die Superskunk. Und da muss ich echt sagen, da sind teilweise schon ganz große Watzbeer rumgekommen. Also, das hier ist die Hand. Ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Also, ich werde das Ganze jetzt mal abernten, ne, und hier in so eine Tüte einpacken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt werden auch schon alle Pflanzen hier abgeerntet, wie man schön sehen kann. Und, ja, jetzt geht es eigentlich nur noch nach Hause und das Ganze dann trocknen. Etwas später zu Hause angekommen, habe ich jetzt hier einfach einmal den Verschnitt. Und jetzt zeige ich euch kurz grob, wie ich das Ganze trimmen bzw. schneiden werde. Und zwar braucht ihr dafür einmal eine ganz normale Trimmschere. Die gibt es einfach für so 10 Euro bei Amazon. Die sind halt perfekt dafür geeignet, weil die sehr spitz sind und trotzdem sehr scharf. Dann braucht ihr so ganz normale Latexhandschuhe. Den Fingern hier unser Hanf anfasst. Dann habt ihr später extrem klebrige Finger von dem Harz. Und, ja, das wollen wir eben vermeiden. Und aus diesem Grund haben wir jetzt hier auch Ethanol, sprich so 95-prozentigen. Und mit dem können wir dann später, wenn die Schere verharzt ist, dann klebt die auch immer so zusammen. Das würde dann mit unseren Fingern auch passieren. Hier sieht man übrigens auch ein bisschen Harz. Kommt dann später hier einfach rein und dann löst sich das Harz. Und dann können wir es hier mit den Küchentüchern abwischen. Genau, und als Trimm-Methode werde ich den Wet-Trim nehmen. Einfach, weil es viel einfacher ist. Und weil viele Buds eben nicht so dicht sind und es sonst Ewigkeiten dauern würde mit dem Dry-Trim. Und, ja, es trocknet einfach ein bisschen schneller. Und jetzt hier beim Outdoor ist mir die Qualität jetzt nicht ganz so unfassbar wichtig. Und genau die ganzen Fächerblätter, wo dann kein THC dran ist, kommt dann eben hier rein. Wird direkt weggeschmissen. Und die Zuckerblätter werden auch dann getrocknet und dann eben auch noch später weiterverwertet. Und, ja, jetzt zeige ich euch kurz grob, wie das Ganze mit dem Wet-Trim funktioniert. So, jetzt erkläre ich euch hier noch kurz grob im Schnelldurchlauf, wie der Wet-Trim funktioniert. Wie der Name schon sagt, ist unser Pflanzenmaterial hier eben nass. Und sprich, wir gehen jetzt einfach hier einmal ringsherum, machen erstmal die Fächerblätter weg. Zack, zack, zack. Also die großen Blätter mit den dicken Stielen. So. Weil an diesen ist nämlich ja, wie gesagt, kein THC dran. Und jetzt gehen wir einfach her und schneiden den Rest von den kleinen Blättern ab. Und das geht, wenn die Blüten nass sind, noch recht gut. Ja, bei dem Dry-Trim geht das Ganze dann schwieriger. Aber achtet einfach darauf, dass ihr nicht zu arg in die Blüte reinschneidet. Aber natürlich auch, dass, ja, einfach genug abgeschnitten wird, weil so viele Blätter wollt ihr auch nicht mit dabei haben. Und, ja, das ist es eigentlich schon. Und dann müsst ihr einfach selber einfach ein bisschen Übung drin haben. Und dann geht das auch recht zackig bei jedem immer. So, das war es jetzt hier eigentlich schon. Ich halte es mal in die Kamera. Also Autofokus. Na. So sieht das Ganze jetzt hier eben aus. Genau, und das mache ich jetzt einfach mit dem restlichen Pflanzenmaterial. Und dann geht das Ganze jetzt hier eben aus. Und dann geht das Ganze dann mit deraremosnenten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier auf dem Zeitungspapier ist jetzt der Verschnitt und hier auch Und das sind dann die eigentlichen Blüten, die übrig geblieben sind Wie man sieht ist das nicht wirklich viel Und die haben jetzt eigentlich auch schon ihre normale Größe erreicht Da die jetzt schon das meiste Wasser verloren haben Und ja wie man sehen kann, ich habe es eigentlich tatsächlich ganz gute Brocken dabei Ja mal schauen was am Ende übrig bleibt Ich werde das Ganze dann abwiegen Und dann sehen wir uns nach ein paar Tagen bei mir jetzt nochmal wieder Wo ich dann das Ernteergebnis dann euch zeigen werde So jetzt ein paar Tage später melde ich mich hier mal wieder zurück Und ja jetzt wollen wir einfach mal schauen Was jetzt hier bei rumgekommen ist Also hier Das ist jetzt das Endergebnis Wie man sehen kann die Waage ist genullt Und dann schauen wir jetzt einfach mal Was da so bei rumgekommen ist So Ja ich schätze mal so um die ja 50, 60 Gramm Ich glaube es ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Ja wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Ich hoffe es passt da auch alles rein So Ja sonst vielleicht sogar 80 Gramm Ja Also wir haben jetzt hier als Endergebnis 88 Gramm Von den Blüten übrig Und ja jetzt wie ich gleich mal noch hier den Verschnitt ab Weil es wird auch noch einiges sein Die Stiele hier natürlich nicht Die haben ich nur abgeschnittene Und ja Dann schauen wir gleich mal was da bei rumkommt Und ja Wie man sehen kann Das ist auf jeden Fall eigentlich schon Ein ganz gutes Ergebnis hier So Jetzt gibt es hier noch den Verschnitt Und da bin ich jetzt mal echt gespannt Was jetzt noch bei rumgekommen ist Weil das eigentlich das meiste ist Dann schauen wir jetzt mal So Ja Und hier haben wir jetzt 113 Gramm Woraus sich dann tatsächlich Echt noch einiges machen lässt Also ich denke mal Da kann man wieder easy Butter draus machen Obwohl ich eigentlich ja erst Butter gemacht habe Dazu gibt es ja auch ein Video Könnt ihr mal suchen auf dem Kanal Oder vielleicht verlinke ich es auch In der Videobeschreibung Mal schauen Ja ansonsten Kann man da vielleicht Eishasch draus machen Mal schauen was ich da draus machen werde Aber es ist auf jeden Fall Ganz cool dass es das noch mit on top gibt Also dann kann man sagen Dass wir jetzt in unserem Outdoor Grow 80 Gramm oder was war 88 Gramm trocken geerntet haben Und noch 113 Gramm vom kleinen Zeug Was man noch weiter verarbeiten kann Und schaut mal noch in meinem Store vorbei Wenn ihr wollt Den habe ich euch auch noch in der Videobeschreibung verlinkt Da gibt es LED Pflanzenlampenbausätze Falls da Interesse bei euch besteht Und ihr euch generell mal eine effizientere LED Pflanzenlampe zulegen wolltet Dann wäre da auf jeden Fall die beste Quelle dafür Ja würde ich mich freuen wenn ihr vorbeischaut Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Haut rein Ciao 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 Ciao